Wir sind jetzt in der nächsten Phase, in der nächsten Generationen, uns deutlich mehr auch emotionaler zu entwickeln. Wir haben jetzt ein SUV-Segment vor uns und ich glaube, das ist auch so eine sehr richtige Gelegenheit dafür, dass wir uns weiter emotionaler bewegen können. Das Vision C steht nicht nur für die Designsprache, aber auch für die Tatsache, dass wir in den SUVs die Kombination vom Skoda-DNA mit dem Emotion richtig stark binden können. Was mir gut gefällt bei der Vision S ist die Kombination von weiterhin diesem sehr räumigen Fahrzeug mit einem sehr dynamischen, eleganten und doch geländetauglichen Fahrzeug. Der Crystal spielt für uns und auch für mich eine sehr große Rolle. Wir kommen vom Tschechei und diese Bindung zum Glas ist für mich einmalig. Ich kann mir nicht vorstellen, wer sonst könnte so etwas machen, wenn nicht Skoda. Und ich glaube, die Bindung zum Glas hat nicht nur eine schöne Seite, aber das hat auch eine emotionale, wunderbare Bindung zur Kultur. Und ich glaube, das erreicht das Produkt und das macht beispielsweise so ein Showcar zu etwas Besonderes. Nicht nur zu meinem Auto, für mich mehr zu einem Objekt. Skoda. Simply clever.